Herzlich willkommen zu Astlepios Informationssendung. Können Sie sich vorstellen, von einem Roboter operiert zu werden? Keine Angst, wir sind hier nicht im Science-Fiction-Film. Bei Astlepios in Hamburg gibt es einen Roboter, der operieren kann seit Anfang 2017 und der DaVinci heißt. Und über den sprechen wir jetzt. Da wollen wir wissen, was der eigentlich kann und wozu der gut ist. Bei mir ist Dr. Christopher Poland. Er ist leitender Oberarzt der Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie an der Astlepios-Klinik Altona. Und er ist einer der Ärzte, die mit DaVinci operieren. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Poland. Dann erzählen Sie uns doch mal, wie dieser Roboter funktioniert. Also zuerst mal muss man sagen, das ist ja nicht der Roboter, der operiert, wie Sie das vorhin gesagt haben. Der kann schon viel, aber nichts allein. Alles, was er tut, muss man ihm deutlich zeigen. Man muss es tatsächlich auch selber machen. Von sich heraus tut er gar nichts. Er ist eben ein völliges Hilfsmittel. Man muss den eher begreifen wie ein chirurgisches Werkzeug, das komplett dem Willen des Chirurgen unterworfen ist und überhaupt keine Selbstständigkeit hat. Also ein verlängertes Arm sozusagen. Absolut. Absolut. Verlängertes Arm plus Arm mit einer außerordentlich ausgearbeiteten Hand und einer zweiten ausgearbeiteten Hand plus einem perfekten Augedrass, der drehgucken kann und noch einem weiteren Arm. Man operiert dann praktisch wie Shiva mit mehreren Händen gleichzeitig. Fantastisch. Ja genau, Sie haben uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht, die jetzt auch zu sehen sind. Wie so eine Krake über einen Patienten, so muss man sich das vorstellen. Der Außenaspekt, das ist nun mal ein technisches Gerät. Man hat da nicht viel Energie darauf verwandt, den organisch aussehen zu lassen. Er bewegt sich, finde ich, wenn man längere Zeit zuguckt, mit einer gewissen tänzerischen Grazie. Das ist schon so, aber es ist eine Maschine. Und er hat vier Arme. Diese Arme sind diejenigen, die die Instrumente tragen und die eben der Chirurg bedienen und auch nach seinen Vorstellungen, nach den Bedürfnissen des Eingriffs individuell mal bestücken kann. Auch während des Eingriffs wechseln kann, was auch fantastisch ist, weil man dadurch mit minimalem Aufwand eben auch ganz andere, auch wieder vielleicht noch spezialisiertere Instrumente zum Einsatz kommen lassen kann. Und Sie gucken aber gar nicht auf diese Instrumente, sondern schauen in einen Bildschirm. Genau, deswegen braucht man auch immer noch einen Chirurgen, der diese Instrumente wechselt. Selber als Chirurg tritt man, nachdem man die Vorbereitungen am Patienten soweit erledigt hat, dann ab vom Tisch. Einer, bei uns immer auch ein erfahrener Oberarztkollege, bleibt bei dem Patienten, wechselt die Instrumente und hat eben auch den direkten Zugriff noch stirriger Waschen. Der eigentliche Operateur setzt sich dann an eine Bedienungskonsole. Man muss es tatsächlich so nennen, so heißt es auch. Und in dieser ist ein Blickfeld, was uns die 3D-Sicht erlaubt. Und dazu sind zwei, man nennt die tatsächlich Joysticks, mit denen man die verschiedenen Raumrichtungen dieser wirklich fantastischen Instrumente bedienen kann. Und zusätzlich noch besondere Funktionen, die die Instrumente ihrerseits haben, mit den Füßen bedient. Also man spielt praktisch Orgel. Aha. Und wie kommen die Instrumente in den Körper hinein? Das ist eben tatsächlich einerseits wichtig, weil dieser Roboter danach nicht mehr sehr wandlungsfähig ist. Man muss sich also vorher genau überlegen, wo man diese Stellen anbringen will. Und die werden chirurgisch eingebracht, wie bei dieser Knopflochchirurgie. Es ist letztlich genau das Gleiche. Über unter 1 cm lange Schnitte, meistens sind es vier Stück davon, bringt man, nachdem der Bauch mit Kohlendioxidgas aufgefüllt ist, damit man schön Übersicht auch hat und keine inneren Organe verletzen kann, unter Sicht solche Hülsen ein. Und über die Hülsen wiederum bringt man die Instrumente ein, alles unter Sicht. Dann sind diese Handwerkzeuge im Patienten drin. Und dann kann man sie steuern. Und was sehen Sie auf dem Bildschirm? Auf dem Bildschirm hat man die Sicht, die eine Kamera, die auch im Patienten den Blick zeigt, wobei dieses Blickfeld durch den Chirurgen selber gesteuert wird. Das ist bei diesen minimalinvasiven üblichen Eingriffen, wie wir sie ja überwiegend eigentlich bei uns in der Abteilung haben, der Fall, dass man dort immer einen Assistenten hat, der einem die Kamera führt. Aber man kann eben nur vermittelt durch den Assistenten dahin gucken, wo man als Chirurg hingucken will. Das kann man durch minimalen Aufwand bei dem Roboter selber steuern. Sie wissen also, hundertprozentig haben Sie in der Hand, was Sie sehen, wobei dieses Blickfeld mit einer Zoom-Einrichtung natürlich rein herausfahren kann, kann sich drehen. Man hat also einen gekippten Blick, kann nahezu um die Ecke gucken, auch damit. Und das Allertollste, man hat eben wirklich einen 3D-Effekt, was gerade bei kleinen Räumen eine gewaltige Hilfe bedeuten kann. Das heißt, wenn Sie da auch zoomen können, dann sehen Sie ja ganz kleine Wege auf dem Bildschirm ganz groß. Und das ist eben das Geheimnis bei diesem Roboter, dass man in engste Räume hineinkommen kann, die, und es gibt anatomische Ecken im Leib, die sind schwer erreichbar. Gerade bei Menschen, die vielleicht eine besondere Bauart haben, gewisses Übergewicht haben. Männer beispielsweise mit dem Becken, was ja nun nicht ein Kind durchlassen muss. Die sind eng und gemein. Aber üblerweise haben manche Leute dort einen bösartigen Tumor im Mastarm zum Beispiel. Und genau den perfekt zu behandeln, aber unter Heillassen der ganz wichtigen Nervenstrukturen, die ihn umgeben, und trotzdem aber den Tumor sauber zu operieren, in engem Raum unter perfekter Sicht, das kann der Roboter exzellent. Sind Sie der einzige Arzt, der damit arbeitet, mit dem System? Wir haben das in unserer Abteilung selber ein bisschen begrenzt, weil dieses Trainingsprogramm so aufhändig ist. Aber es ist natürlich so, dass der Bedarf in anderen Abteilungen auch groß ist. Also in der Urologie, in der Gynäkologie, in der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung gibt es eben genauso kleine Operationsbereiche, schlecht erreichbar, für die der Roboter ideale Hilfestellung leistet. Deswegen nutzen die Kollegen in unserem Krankenhaus aus den anderen Abteilungen den Roboter auch. Und genauso gilt es natürlich so, dass im Konzern andere Fachabteilungen den auch nutzen können. Jetzt fragt man sich ja, jahrzehntelang hat es hervorragend funktioniert ohne einen Roboter und jetzt plötzlich dann doch mit? Also ich könnte mir vorstellen, wenn einem Operateur die Hände zittern, ist es nicht gut. Und beim Computer mag man das vielleicht nicht mehr. Kann das so sein beim Roboter? Viele Fragen. Also der Roboter zittert natürlich nicht. Das ist so. Und was vielleicht auch dem einen oder anderen helfen kann, dass eine Bewegung vom Dreifachen auf ein Einfaches im Leib umgesetzt wird. Also es bewegt sich vorne durch den Roboter vermittelt nur ganz wenig, während sie einen viel längeren Weg außen zurücklegen müssen. Nun gibt es, glaube ich, relativ wenig Kollegen, die so einen ausschlagenden Tremor haben, einen Wackel, zittern. Da mag es eine Hilfe sein. Tatsächlich aber ist es eigentlich so, dass man in der Medizin ja immer versucht, die Sachen noch besser zu machen. Und es gibt früher beispielsweise, als man nähte, um nochmal den Darm da zu erwähnen, ganz tief im Becken gar nicht anlegen konnte. Dann gab es eine Möglichkeit, das zu tun, sodass man also keine künstlichen Darmausgänge mehr anlegen musste, bei einer bestimmten Tiefe einer bösartigen Krankheit Richtung Po gesehen. Mit diesem Roboter ist es noch einfacher, sage ich mal, zum Beispiel die Blase mit stromversorgenden Nerven zu erhalten und trotzdem auch bei ausgedehnteren Krebsen im gesunden Gewebe zu präparieren. Also noch präziser? Noch präziser. Das ist tatsächlich so, dass man das jahrzehntelang gemacht hätte. Nee, das ist neu. In dieser Qualität ist es eben tatsächlich mit dem Roboter, ich sage mal, deutlich einfacher und darüber in mehreren Fällen oder häufiger möglich, einen Patienten so zu behandeln und damit, finde ich, jedenfalls optimal zu behandeln. Das braucht nicht jeder. Viele anatomisch einfacher gelagerte Situationen, da ist das übers Ziel hinausgeschossen, denn das dauert schon ziemlich lang, auch mit dem Roboter zu operieren, weil der diese winzigen Bewegungen nur zulässt. Aha, ist das immer so? Also, dass sich jede Operation verlängert? Ja, eigentlich schon, weil man eben dort auch, wenn man so will, eine gewisse Sicherheitsstufe eingebaut hat. Die Maschine selber wird von Ihnen gesteuert und gelenkt und das Bewegen der Maschine müssen Sie unter Sicht kontrollieren. Und damit es eben nicht zu Ausschlägen kommt, die über das Blickfeld hinausgehen, wird das Ganze relativ eingegrenzt. Nun gibt es aber Schritte bei Eingriffen, die eigentlich auch erfordern, dass Sie Gewebe zur Seite schieben mit etwas größeren Bewegungen, zum Beispiel den Darm einmal zur Seite legen, um Platz zu finden und eine Sicht zu optimieren. Und das kann dieser Roboter eben nicht so perfekt, sodass es, wenn nicht dieses überpräzise Operieren erforderlich ist, dadurch künstlich die Operation wieder erschwert wird. Und das hilft dem Patienten nicht. Man muss also für jeden Patienten genau prüfen, ob er davon profitiert, mit dem Roboter operiert zu werden oder ob es vielleicht sogar eher ungünstig ist. Gibt es denn so ein paar häufige Indikationen, sagen wir mal, die Sie mit diesem Roboter angehen? Es ist so, dass eben, hatte ich schon gesagt, der tiefe Mastdarmkrebs ist perfekt geeignet. Dann ist es so, dass Operationen fast immer bei bösartigen Krankheiten dann in der Nähe großer Blutgefäße auch mit dem Roboter möglich werden, unter ganz sicherem Präparieren, Freien befreien, weil der diese winzigen Schritte erlaubt, ohne dass man Sorge haben muss, dass es zu einer ungewollten Blutung kommt. Und trotzdem aber den Zugang zur Bauchhöhle mit einem Schnitt klein halten kann, sodass also Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse perfekt geeignet sind. Es ist auch wesentlich einfacher, mit dem Roboter Nähte zu machen, als ist das mit dieser, ja, dieses laposkopische Operieren über diese Knoblochchirurgie, was das ja auch ist, aber vielleicht noch mal eins draufgesetzt. Durch die geraden Instrumente fallen Bewegungen um die Ecke schwer. Und Sie müssen den Winkel in den Leib in anderer Weise gestalten, damit Sie, wenn man so will, hinter Strukturen kommen. Dieser Roboter hat am Ende seiner Arme, die sich ihrerseits auch in vielen Richtungen drehen können, tatsächlich eine Art menschliche Hand, die in ganz vielen Freiheitsgraden erlaubt, ohne dass sich von außen was ändert, um die Ecke zu kommen. Und damit können Sie auch perfekt nähen. Also es ist wirklich ein fantastisches Werkzeug. Sie sind richtig begeistert davon. Ich bin richtig begeistert. Das ist wirklich richtig toll. Das ist wirklich wahr. Dennoch die Frage, gibt es Risiken, die durch den Roboter entstehen, die es bisher nicht gegeben hat? Also das längere Operieren ist für manchen Patienten vielleicht tatsächlich nicht günstig, wobei die Narkose an sich praktisch kein Problem darstellt. Es ist eher so, dass jeder, der eine längere Zeit, auch wenn er gelagert ist, liegen muss, eine gewisse Gefahr hat, sodass man schon versuchen sollte, grundsätzlich Operationszeiten kurz zu halten im Sinne des Patienten. Daraus kann man vielleicht eine gewisse Gefahr schnitzen. Dann ist es so, dass eben in der Tat das Anbauen dieser Instrumente Zeit braucht und genauso auch das Abbauen gewisse Zeit braucht, sodass man schon einen Chirurgen, der im Superkatastrophenfall, und den dürfen Sie, der Arzt ist ein biologisches System, der Patient ist eins, den dürfen Sie eben nie prinzipiell ausschließen. Der kann eintreten, sofort die richtigen Dinge tun kann, sodass unter Umständen Eingriffe mit dem Roboter minimal länger dauern, bis man eine Notfallsituation lösen kann. Wir trainieren das aber extra, damit wir genau das schnelle An- und Abbauen, schnelle An- und Abbauen so optimiert hinkriegen, dass genau diese Dinge nicht passieren und eben daraus keine Gefahr entsteht, sodass einen richtigen zusätzlichen negativen Effekt habe ich bisher noch nicht festgestellt. Ist das ein sehr ausführliches Training, das Sie da gehabt haben, um mit dieser Riesenmaschine umzugehen? Es ist schon günstig, wenn alle wissen, was sie zu tun haben, damit es geschmeidig läuft. Wenn man jedes Mal wieder neu überlegen muss, kostet das viel zu viel Zeit. Darum braucht man schon auch eingespielte Teams, die das häufig miteinander auch gemacht haben. Und eigentlich, ohne dass man sich das erzählen muss, jeder weiß, was er zu tun hat. Dann ist der Roboter ein Roboter, der sagt einem, was man machen soll. Das hilft. Für den Chirurgen selber ist das gar nicht so ungewohnt, und wer die Ära noch mitbekommen hat, in der tatsächlich noch offene Chirurgie betrieben wurde, wie ich das noch gelernt habe, für den ist der Eingriff nun wirklich beinahe wie früher, weil Sie diese Handidee im Bauch haben. Mit den starren laposkopischen Instrumenten ist manches eben schwierige. Das muss man tatsächlich richtig lernen. Das ist anders. Aber diese Technik ist eigentlich, wir nennen sie auch die Firma Intuitiv. Das ist tatsächlich intuitiv, wie Sie die Hände zu bewegen haben. Was Sie lernen müssen, ist das selber organisieren, welche Fußschalterwands zu drücken sind. Und das ist richtig ein Trainingsprogramm, dass man das einmal als Bewegungsmuster, wenn man jetzt näher hineinschauen will, dann müssen Sie automatisch über nachzudenken, eine bestimmte Taste drücken, damit Sie das hinbekommen, damit es schnell geht. Da läuft man viele, viele Stunden eines Trainingsprogramms, damit das wirklich wie geschmiert rutscht. Wie geschmiert. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!